Die Welt ist jetzt doppelt so hoch, das heißt doppelt so hohe Kackstifte auf Servern. Es gibt jetzt Dschungel-Biome und wenn man vier Dschungel-Sappling so anordnet und mit Baumill düngt, entsteht ein großer Dschungelbau. Im Dschungel leben Ozylots und Ozylots verwandeln sich in Hauskatzen, wenn man sie mit Fisch-Zim-Cat-Content. Lian können erklettert werden, wenn sie an einem Block hängen. Zombies finden den Weg besser und Skelette suchen. Schatten habe ich aber nicht aufgenommen. Es gibt jetzt Iron Golems, die verteidigen die Villager und man kann sie selbst craften. Die Villager interagieren miteinander, die poppen ja und sie sind schlauer geworden. Zombies klopfen an Türen und brechen die auch auf auf Hard und Hardcore. Wölfe können gezüchtet werden, nachdem sie gezähmt wurden und Creeper haben Angst vor Katzen. Mit Dispensern, die aussehen wie Frösche, kann man Mops spawnen lassen und Feuerbälle abschießen. Mops verlieren je nach Typ hin und wieder Items, die auch Enchanted sein können. Fackeln und Redstone-Fackeln können auf Glas gesetzt werden, aber nur obendrauf. Doppeltüren funktionieren letztendlich richtig und in verlassene Mienen gibt es jetzt Brücken überschluchten. Lava hat einen neuen Sound. Langweilig! In der Wüste werden kleine Sandsteinbrunnen generiert. Noch langweiliger! Redstone kann wieder auf Closedown gesetzt werden und es gibt Redstone-Lampen und einen neuen Brick. Stufen können kopfüber angebracht werden, genau wie Half-Slaps. Und man bekommt 6 statt 3 Half-Slaps und 3 statt 2 Leitern beim Craften. Man kann auf Leitern wieder stehen. Yeah!